Das Visier stimmt nicht. Sie haben fünf Finger. Der Kolben ist ausbalanciert für drei. Deshalb liegen Sie zwei Zentimeter zu tief. Hier finden Sie nur spitzen Exemplare aus Künstlerhand. Massenproduktionen wie Ihrer Walter PPK überlasse ich anderen. Und die Munition? Auch darin kann ich jeden noch so ausgefallenen Wunsch befriedigen. In Gold, wenn ich das wollte? Habe ich schon mal für einen Klienten gemacht. Ist mir bekannt. Franziskus Caramanga. Beziehungen zwischen mir und meinen Klienten, Mr. Bond, behandle ich absolut vertraulich. Wie ein Arzt oder ein Priester, das Beichtgeheimnis. Selbstverständlich. Nur arbeiten Sie für fingerlose Ehrenmänner, machen Kugeln für Mörder. Mr. Bond, es ist nicht die Kugel, die tötet, sondern der Finger am Abzug. Sehr schön gesagt. Aber ich ziele gerade zwischen Ihre Beine. Entweder Sie reden jetzt, oder es ist zu spät. Ich habe Mr. Scaramanga nie gesehen. Kugel für Kugel, bar bezahlt, das müsste doch Ihr bester Kunde sein. Das stimmt schon, aber unglücklicherweise braucht er die Kugel nur gelegentlich. Wann war die letzte Lieferung? Mr. Bond, das ist unmöglich. Ich kann nicht... Sie haben recht. Zwei zu tief. Zwei zu tief. ZweiЩassina. Untertitelung des ZDF, 2020